Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Skincare Nachrichten. Ich komme mir vor wie bei der Tagesschau. Also, wir machen heute ein Video für die Trends 2024. Das ist voll die Glaskugelleserei, weil die gibt es natürlich nicht in Stein gemeißelt. Ich werde jetzt hier mal meine Vermutungen und Prognosen gestützt auf Videos, die ich geguckt habe, Artikel, die ich gelesen habe, Preis geben. Und Ende 2024 sehen wir uns dann wieder und schauen, wie viel davon wahr geworden ist. Ich bin übrigens ziemlich neugierig, wenn ich dir diese Trends jetzt gleich präsentiert habe, welche du davon mitgehen würdest oder welche du für völligen Bullshit hältst. Schreib das gerne in die Kommentare. Ich lese die alle. Es sind ja im Moment noch überschaubar viele. Das sollten wir nutzen, bis dieser Kanal eine Million Follower hat und niemand es mehr schaffen kann, alle Kommentare zu lesen. Trend Nummer eins, den nehme ich schon jetzt wahr und ich glaube, dass der sich in 2024 weiter fortsetzt. Ich hoffe es sogar inständig, nämlich Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit bei Kosmetik setzt sich langsam durch. Sehr viel mehr Verbraucher und Verbraucherinnen schauen beim Kosmetikkauf auf die Nachhaltigkeit der Rohstoffe, die Produktion der Rohstoffe, die Verpackungsmaterialien. Das finde ich saugut, weil Kosmetik ist ein Luxusgut und wir sollten tunlichst darauf achten, dass wir damit weder unseren Körper noch diesen Planeten beschmutzen. Deswegen tip top und dieser Trend darf ruhig weiter nach oben gehen. Der zweite Trend finde ich super, habe ich viermal im Internet gefunden, dass der für 2024 mehr Bedeutung bekommt. Skin Minimalism. Es ist so schön, dass wir so englisch geworden sind in der Kosmetik. Also Minimalismus. Es geht nicht mehr darum, 500 Produkte zu Hause zu haben und am besten alle gleichzeitig auf die Haut zu scheppern, sondern es geht vielmehr darum, achtsam mit Ressourcen umzugehen. Und die erste Ressource ist deine Haut. Das heißt, in den Spiegel zu schauen, festzustellen, ups, da sehe ich eine Herausforderung, da sehe ich ein Problem. Und dann aus dem Spiegelschrank den perfekt passenden Wirkstoff herauszuholen und den eben auch mal wirklich für vier, fünf, sechs Wochen zu benutzen, damit die Speicher in der Zelle und in den Zellzwischenräumen damit sich wieder auffüllen können. Es gibt so eine Grundregel für diesen kosmetischen Minimalismus, der ich auch fröne. Und das sind drei Produkte am Morgen, drei Produkte am Abend. Macht im Zweifel maximal sechs Produkte, die gleichzeitig in Benutzung sein dürfen, inklusive Reinigung. Und daran kannst du ungefähr feststellen, wie sehr du im Minimalismusbereich unterwegs bist oder noch im Maximumbereich. Wenn dir dieses Video gefällt, dann schenk uns doch bitte ein Like, umarme unseren Abo-Button und aktiviere auch gleich das Glöckchen, dann verpasst du nämlich kein einziges Video mehr von uns. Der dritte Trend, von dem hatte ich noch überhaupt nichts gehört, hatte ich nichts mitbekommen. Ist auch nicht ganz mein Gewerk und doch, das ist die sogenannte Kopfhautpflege. Also ja, seit ich Kind bin, gibt es irgendwelche Elixiere und Tinkturen für die Kopfhaut. Bei den Männern geht es ja dann meistens um mehr Haarwachstum und ansonsten eben um tatsächlich auch Krankheiten, also sowas wie Schuppenflechte oder sowas. Und dass es da jetzt einen kosmetischen Trend gibt, auch für Frauen, I don't know, es eröffnet ganz neue Welten. Nur klar, unter dem Haar versteckt, bei manchen auch nicht so versteckt, ist eben Haut. Und diese Haut, die möchte gepflegt werden. Logisch! Warum bin ich da nicht selber drauf gekommen? Ich wusste nur nicht, dass es jetzt schon so trendet. Also es gibt wohl explizite Kopfhautbehandlungen von vielen, vielen Herstellern, von Naturkosmetik bis Science, die hier auch wirklich ziemlich effiziente Wirkstoffe entwickelt haben. Also ich konnte gar nicht aufhören zu lesen. Ihr Lieben, da mache ich mich mal schlau. Und im Moment sprecht ihr am besten noch mit eurem Friseur, eurer Friseurin darüber. Denn die haben oft diese Produkte jetzt da stehen, wohingegen sie in Drogerien und Parfümerien eher so im Standardbereich vorhanden sind. Also wenn ihr den guten Stoff wollt, fragt euren Herstellisten. Der vierte Trend, der streichelt meine Seele. Das ist so schön, dass der es an die Oberfläche schafft. Mental Skin Care heißt der, also mentale Hautpflege. Und Leute, das ist so wichtig. Das predige ich seit vier Jahren, seit es meine Marke gibt. Und davor habe ich es zehn Jahre lang in einem anderen Fernsehsender gepredigt. Unsere Haut ist so sehr verknüpft mit unserer Seele. Und es gibt Beweise dafür, dass wir über unser Wohlbefinden im Inneren extrem stark die Tiefe unserer Falten, die Anzahl unserer Pickel und auch Rosazea, Couparose, was auch immer, positiv beeinflussen können. Freunde, das nutzen so wenige. Die meisten sind sich nicht klar darüber, dass wenn sie sauer sind den ganzen Tag, witzig, ne, sauer? Das war eine echte Fehlleistung. Dass dann auch eben die Haut irgendwann diese Säuerlichkeit nach außen zeigt. Denn die Stresshormone, die wir dabei ausstoßen, sind nun mal nicht zuträglich. Die Muskelverspannungen, die entstehen im Gesicht, auf der Stirne. Die vertiefen Falten optisch um ein 10- bis 20-faches. Was bedeutet das jetzt? Der Trend in 2024 wird sein, dass Kosmetikhersteller sich auch immer mehr überlegen, wie können wir auch die mentale Gesundheit, das mentale Wohlbefinden der Kundinnen und Kunden unterstützen, um dann mit entsprechenden Produkten mit auf dieses Konto einzuzahlen. Ich kann es kaum erwarten. Miri Mental Health. Ich sehe schon meine neue Linie vor mir. Ich liebe das so sehr. Der nächste Trend 2024 ist ernst. Aber da geht es nämlich um professionelle Skincare-Routinen für zu Hause. Der ist allerdings ganz spannend. Und zwar deshalb, weil Menschen sich immer klarer darüber werden, welche wissenschaftlichen Möglichkeiten es gibt, um zu Hause Falten zu minimieren und Pickelchen wegzubekommen und Rötungen und Couper-Rose und hängende Partien im Gesicht. Und sie schaffen es mit Produkten, die sie sehr bewusst kaufen, gerne auch ein bisschen mehr Geld investieren. Ihre Haut. Ja, das fand ich so schön. Da gab es eine, genau, Kelly Driscoll ist auch eine YouTuberin. Haben wir auch verlinkt hier unten. Die sagte so schön, die bringen mit diesen Produkten ihre Haut von diesem Level auf dieses Level. Sie wollen allerdings auf dieses Level. Und der Abstand von hier nach da lässt sich nicht nur mit einer häuslichen Gesichtspflege schaffen, sondern da brauchen wir mehr. Das heißt, wir brauchen intensivere Wirkstoffe. Mein typisches Glykol-Thema. Schau da gerne das Video dazu. Also Glykol. Und wir brauchen wahrscheinlich auch mehr Apparativ zu Hause. Das bedeutet sowas wie Ultraschallgeräte, Aquapil für zu Hause und so weiter. Das wird sich noch entwickeln. Im Moment bin ich mit der Qualität dieser Geräte aus vielerlei Gründen nicht zufrieden. Möchtest du ein Video dazu haben, dann schreib es gerne hier rein. Dann will ich mal richtig losschimpfen. Nur, das ist ein Trend, der 2024 auch seitens der Forschung weiter fortgesetzt wird. Und da bleibt es auf jeden Fall spannend. Das heißt, wenn es dich interessiert, dann schau in der Presse, im Internet, was da so alles geben wird. Ein Anspruchstrend für 2024 wird Porenminimalisierung. Ja, das ist ein Thema, was uns gerade auch im zunehmenden Alter mehr beschäftigt. Die Haut verhornt stärker, braucht deswegen größere Poren, damit sie überhaupt atmen kann. Und das sehen wir irgendwann. Darauf hält Make-up nicht so schön. Das lässt uns alt und müde ausschauen. Viel mehr noch als Falten. Und deswegen ist auch gut, dass VerwenderInnen eben beschließen, jawohl, bei Poren, da wollen wir gerne noch ein bisschen mehr Wirkung sehen. Und die Hersteller richten sich nach diesem Wunsch. Das heißt, es wird sehr viele Kosmetik-Premieren für Porenminimierung geben. Ich bin schon sehr gespannt. Meine Helden gibt es schon und die haben wir wirklich ausentwickelt. Das ist mein Nightshift-Absoluter Porenminimierer und meine Vitamin-C-Linie. Kannst dich ja gerne mal informieren, wenn es dich interessiert. Wirkstoff News 2024. Peptide werden durch die Decke gehen, als ich das gelesen habe. Überall dachte ich, das ist doch ein Trick der Industrie. Peptide gibt es ja nun schon seit einiger Zeit. Wobei, zu Ende geforscht ist da noch lange nicht. Wir wissen, da ist auf jeden Fall ein goldener Top am Ende des Regenbogens. Nur so richtig gesourced hat es noch keiner. Und es gibt schon tolle Fortschritte. Es gibt supererforschte Peptid-Komplexe, wie zum Beispiel Retro-Youth oder sowas. Nur, da geht noch was. Und jetzt halte dich bitte fest, wenn du Miri-Kosmetik schon kennst. Nächstes Jahr ein Riesentrend werden Kupfer-Peptide. Freunde, da ist seit drei Jahren dünne ich auf Kupfer rum und schrei euch im Fernsehen an und sage, kauf Kupfer. Warum? Weil es das Flutlicht für die Haut ist und weil es eine superschöne Kollagenaktivierung mit sich bringen kann und weil Kupfer einfach gut ist. So, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich glaube, ich bin den Trends voraus. Was verschwindet 2024 vom Kosmetikmarkt? Da bin ich einer Meinung mit einigen Kosmetik-Bloggerinnen hier auch auf YouTube. Haben wir auch alles unten verlinkt. Niacinamide wird sich etwas abbauen. Vitamin B3 habt ihr wahrscheinlich auch was zu Hause rumstehen. Entweder als relativ pures, reines Serum oder eben auch vermischt mit anderen Wirkstoffen. Warum? Viele, viele Kosmetikverwenderinnen haben festgestellt, dass sie, wenn sie Niacinamide-Produkte benutzen, dass die Haut darauf auch zickig reagieren kann. Nicht von einem, sondern von mehreren. Und da Hersteller sich irgendwie in den letzten vier, fünf Jahren darauf committet haben, dass Niacinamide ruhig überall reinkommen, ist es eben nicht so, dass wenn du ein hochwirksames Niacinamide-Serum zu Hause hast, dass das einzige Niacinamide-Produkt ist, was du benutzt. Sondern vermutlich sind die auch noch in deiner Creme, in deinen Ampullen, in deiner Reinigung, in deiner Sonnencreme und in deinem Make-up. Und dann stapelt sich das Vitamin B3 irgendwann so sehr auf der Haut, dass die Haut vielleicht auch mal abwinkt und sagt, so, es reicht jetzt. Also ich habe davon echt genug. Und wir vermuten alle geschlossen, dass das so in sich rausschleichen wird. Also dass die Hersteller nicht draufschreiben werden ohne, sondern dass es ein... Es wird wieder mehr Produkte geben, wo die einfach nicht als zusätzliche Einheit zu einem anderen Helden-Wirkstoff noch mit eingebracht werden. Und dann noch der letzte Trend für dieses Video. Es wird ganz viel Retinol-Alternative da draußen geben. Und da darfst du wach sein bei diesem Trend. Retinol ist ein großes Thema. Da wird es hier demnächst ein ganz, ganz groß recherchiertes Video zu geben auf diesem Kanal. Retinol, Vitamin A, super wirksam, geiler, geiler Wirkstoff. Darf seit 2024 nicht mehr oder nur noch in einer ganz geringen Menge in Kosmetik eingebaut werden. In der Apotheke wirst du nach wie vor höhere Dosierungen bekommen. Ist halt ein Riesenmarkt geworden. Und da ist es jetzt gelungen, das der Kosmetik endgültig wegzunehmen. Im Moment sage ich jetzt erstmal nicht dazu, nur bei 0,03% Retinol, da schlafen mir leider die Füße ein, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Also wird die Kosmetik sich umschauen, welche Alternativen gibt es, um die gleiche tolle Wirkung von Retinol auch über andere Wege herzustellen. Und da wird sicher spannend, auch gerade in der Forschung, was machen die Naturkosmetiker, was machen die Forscher, was machen die Standardkosmetikhersteller und so weiter. Also ein spannendes Feld und ein Riesentrend.